So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Im Video hat sich irgendjemand mal beschwert, dass ich zu viele Titten zeige. Spiel noch gegen Kartos. Mit Kartos? Gegen Victor? Was, da verklaver ich schon wieder. Ist, denke ich, ne ziemlich chillige Lane. Hallo. Aua. Ja, und da bin ich tot. Ziemlich chillige Lane. Boom! Easiest kill of my life, Junge. Let the flame begin. Nein, au. With a main. Der flamet? Uh, das hat man ja schon lang nicht mehr gesehen. Ja. Alles klar. Ein With a main, der Intentional Feeder. Geil. Und jetzt ist die AFK. Kann ja ein With a main sein. Ist okay. Aber dann auch noch jedes einzelne Klischee zu erfüllen. Das ist halt echt so dumm. Yep. Klassisches 1v1. Oh, ich liebe League of Legends. Ich liebe es so sehr. So sehr, dass ich mit 300 kmh gern gegen eine Betonwand fliegen würde. Ach, das war doch mal wieder ein qualitativ hochwertiges Spiel von Legalo of Legendes. Freut mich wieder sehr. Hat wieder enorm Spaß gemacht. Top-Spiel. Riecht geil. 18 Minuten. Länger braucht man nicht, um einen Tag lang genug Salz für 70 Mahlzeiten zu haben. Jawohl. Spaß. Spannung. Und Freude. Verspricht League of Legends bald auch in einem Ranked deiner Nähe. Hear with me.